So, da sind wir wieder mit Minecraft. Okay, los geht's. Der hat gehört. Da hat ein Hund sich das Leben genommen. Warum, du? So, wir werden jetzt erstmal hier für Birken sorgen. Und hier mal ein wenig die Eichen minimieren in ihrer Anzahl. Haben uns aber auch einen Ort ausgesucht hier, ne? Könnten wir da oben auch was bauen. Oh, hier sind ja überall da. Da ist auch eine Birke. Kommt zu, Papa Holz. Diese Axt ist OP, aber ohne Ende. Da ist ne Birke! Weil die fällen wir erst, wenn hier alles weg ist. Weil da will ich die Setzlinge auf jeden Fall haben. Nicht, dass wir die irgendwie vergessen oder übersehen. Wir können den Sitzling, Birken den Sitzling, lalalalalalalalalala. Du, du darfst auch verschwinden... Alter, diese... ja komm doch was ein brett ich hasse sind sind unbedingt mal ein bett machen brauchen aber wurden wir bringen jetzt erstmal ein paar sachen weg also event ist mal so schnell voll schon eine reihe stein sind knochen können wir eigentlich knochen mail machen die setzlinge schneller pflanzen bzw wachsen lassen schon wieder so ein wolf will auch springen wahrscheinlich ich höre es binne spinne spinn nicht herum das schmeiß erst mal die schaufel weg mein gott tja praktisch schnell wenn die viecher hier alle runter springen und k.o. sind den eingang verändern war noch hier schweine kein zutritt ferkel ich fühle mich glaube ich sicherer wenn wir erstmal eine tür haben hier fallen die ganze zeit zombies vom himmel korraat ach fehl so es war da erstmal ruhe können wir es wagen wir wagen uns mal oder euch federfall drin gucken naja setzlinge sand 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 hier waren enderman am start wir haben ja auch eine wüste in der nähe ziemlich große voll geil die schaufel ist ja wie im kreativ modus lol zwölf sollten reichen erstmal wenigstens erstmal unsere bude dicht kriegen ein 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 so umbauen auf jeden fall den eingang ja dafür brauchen wir jetzt mal einen ofen würde ich sagen und wir haben keine doch kohle haben wir gerade noch fresh gemacht what the fuck alter ich mag diese geräusche wissen auch warum ne kollegen wir müssen noch stein backen hatte mal anja genau hier kommt noch holzen euch vergessen ja hier brauchen wir eigentlich nur 8 ne so also 6 stück aus 6 werden 16 nicht schlecht die sonne kommt dieser scheiß regen dauert wahrscheinlich noch aha der geht auch weg sehr schön tja schwein da kommst nicht mehr weg war tja dich holen wir irgendwann noch du kannst nur noch auf deinen tod warten so so dann haben wir jetzt schon mal etwas dicht ich würde sagen hier tun wir mal die setzlinge rein erst mal und so ganze zeugs an samen und alles schön endermann so jetzt brauchen wir kommen brutzel so viel wird geht davon ach guck mal da sind schon mal ein paar gewachsen choral ich bin gespannt wir hatten 20 setzlinge mal gucken ob wir mehr als 20 wieder rauskriegen müsste ja eigentlich ne wenn wir hier nicht die hälfte weg ballern kommt ihr direkt auch hier zack 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 will nicht bevor diese axt hier kaputt ist sie geht mir irgendwie umsack zack 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 da ist voll die welt zerstörende scheiß axt haut überall löcher rein das ding brutale schrecklich 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 geht ab wie eine schaufel ab ach jetzt will so komm wachst du auch mal hier mein gott so du auch noch dann aber erstmal genug bier kaufe ich dürfen aber nicht vergessen die setzlinge wieder einzusammeln da oben bist du nicht so gut aufgehoben hüpfen wir auf den bäumen und ich wette da sind schon ein paar setzlinge überall richtiger birkenuhrwald da ich habe auch eine ist ja wie die nadel im heuhaufen die siehst du manchmal gar nicht wie viele haben wir denn schon jetzt schon 14 nicht schlecht sechs stück noch dann haben wir die ausgangspause mal wieder auf den boden gucken cool kriegen wir also doch mehr raus so jetzt haben wir wieder 20 cool 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 auf jeden fall so cool dass wir uns in die nächste folge verabschieden wir sehen uns morgen freunde macht gut so 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 so